Ja, alles in Ordnung Froschkei sind anständige Junge Verdienen jahrelang Ziehhalten In Ordnung Für die anderen einmal Speiderhandel, wenn man immer zulegen Walter Froschkei sind anständige Junge Verdienen Ziehhalten 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 Ja, alles in Ordnung Anständige Ziehhalten Walter Froschkei ist anständige Junge, die ihn ziehen Scheiße Frosch-Walter, bin 23 Jahre alt Und möchte hier in Seiders Laudern im Frühjahr meine Meisterprüfung als Johnson-Feger ablegen Unter anderem spiele ich beim SV Alzenborn Außenverteidiger Viele Leute behaupten von mir und auch meine Gegenspieler Dass ich einer der größten Trainer im Südwesten sei Dies muss ich dementieren, dass diese Leute nach meiner Meinung keine Ahnung haben Vom Fußballspielen, sollten doch viel besser Tischtennis spielen oder Tischtennis zu Prost Und habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr mich zu verbessern Und wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr Und meinen Gegenspielern Hals und Beinbruch Prost Ziehhalten Nachdenken Leverhin Leverhin Nachdenken Vielen Dank.